In diesem Video behandeln wir die verschiedenen Zonentypen und fügen einige zu unserem Grundriss hinzu. Der Hauptzonentyp, den Sie in PlanStudio verwenden werden, ist die hier gezeigte Innenzone. Die Innenzone wird verwendet, um anzugeben, was sich innerhalb eines Gebäudes und was sich außerhalb befindet. PlanStudio kann diese Informationen dann verwenden, um die Fläche Ihres Grundrisses zu berechnen, bei den Fluchtwegen helfen, sowie dabei, den Umriss Ihres Gebäudes auf einem Lageplan darzustellen und eine Füllung im Grundriss hinzuzufügen, damit es sich auf einem Schild abhebt. Es gibt zwei verschiedene Werkzeuge, die Sie verwenden können, um eine Zone zu zeichnen. Wir können den Rechteckmodus verwenden, um zuerst ein Rechteck über den Teil des Gebäudes zu zeichnen, den wir abdecken möchten, und dann seine Form mit den Knoten bearbeiten, um die Umrisse des Gebäudes anzupassen. Sie können jeden Knotenpunkt manipulieren und an den Rand des Gebäudes schnappen lassen. Durch Klicken auf die Knoten können Sie die Schalter anpassen, um die Zone an eine gebogene Wand anzupassen. Beim Bearbeiten der Knoten einer Zone haben Sie auch Zugriff auf die Schaltfläche Loch hinzufügen, mit der Sie einen Raum innerhalb einer Zone entfernen können. Dies ist nützlich, um einen Hohlraum oder Innenhof hinzuzufügen. Die Innenzone muss jedem Grundriss hinzugefügt werden. PlanStudio lässt Sie keinen Plan veröffentlichen, wenn es keine Innenzone gibt. Sie können eine Zone auch im Trace-Modus hinzufügen, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und alle Wände auswählen, die Ihre Zone umgeben sollen. Dann können Sie beim Wählen des Wandbegrenzungstyps einstellen, ob die Zone an die innere, mittlere oder äußere Kante der ausgewählten Wand angepasst werden soll. Die anderen Zonentypen, die Sie verwenden können, sind Gemeinschafts- und Mietzonen, die Teile eines Grundrisses definieren, die gemeinsame Räume oder separate Mieteinheiten innerhalb eines Plans sind. Andere bewohnte Zonen zeigen an, dass ein Teil eines Grundrisses nicht verfügbar oder nicht im Arbeitsumfang enthalten ist und werden ausgegraut. Identifizierte Zonen können verwendet werden, um verschiedene Teile eines Gebäudes zu identifizieren, indem sie kategorisiert und benannt werden. So können Sie Farb- oder Textlabels hinzufügen und helfen dabei, Bereiche wie Stationen in einem Krankenhaus oder Teile eines Büros leicht zu identifizieren. Identifizierte Zonen können in den Eigenschaften angepasst werden, wo Sie die Farben aus einem Farbwähler auswählen können oder die Farbe je nach Wunsch durch Setzen auf Transparent abschalten. Es gibt auch allgemeine Textbearbeitungsoptionen. Präsentationszonen werden verwendet, um einem Grundriss Farbe zu verleihen und können durch Themen angepasst werden. Private Zonen werden verwendet, um sensible Informationen auf einem Grundriss zu verbergen. Indem Sie einen Bereich auf einem Grundriss mit einer privaten Zone abdecken, können Sie ein Schild einstellen, das nur öffentliche Bereiche anzeigt, welches die Türen, die interne Aufteilung und die im privaten Bereich abgedeckten Ausstattungen ausblenden wird. Räume werden verwendet, um einfache Raumbezeichnungen zu Ihrem Grundriss hinzuzufügen, wo der Text in den Eigenschaften angepasst und geändert werden kann. Dieser Text kann dann pro Schild im Schildvorschau-Modus angepasst werden. Feueralarmzonen werden in Blockplänen verwendet, um die verschiedenen Alarmzonen innerhalb eines Gebäudes anzuzeigen. Diese können in den Eigenschaften angepasst und die Standardfarben in den Menüs für Themen- und Symbolbibliothek festgelegt werden. Feueralarmzonen fügen dem Plan ein Symbol hinzu, das bearbeitet und verschoben werden kann. Sie können auch eine Legende auf Ihrem Schild für alle hinzugefügten Feueralarmzonen erstellen.